Sie hören jetzt ein kleines melodramatisches Werk in einem halben Akt mit einer Overtüre vorneweg. Das Märchen vom Muselmann. Ja, sollten Sie im Moment nicht wissen, was ein Muselmann ist, da werde ich es Ihnen kurz erläutern. Also ein Muselmann ist ein Anhänger Mohammeds, also ein Mohammedaner. Das ist genau dasselbe wie die Anhänger Buddhas, die Buddhiker sind. La, 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 la. Es war einmal ein Muselmann Der trank sich einen Dusel an Wann immer er nur kund Er rief dann stets das Musel weit Wo es denn mit dem Fusel bleibt Denn Durst ist nicht gesund Und brachte die Olle die Pulle rein Gefüllt mit dem süßesten Muselwein Dann tranker und tranker Hinsanker als kranker Bis Gott sei Danker leise entschlief Und wenn er wo was kriegen kann Dann trinkt er auch noch heute Jetzt können Sie klatschen Also Also Applaus Vielen Dank.